Setzen Sie ein Prüfungsmix. Er antwortet ihr auf die Frage. Sie antwortet ihm nicht. Er gab ihr keine Antwort. Stell ihm eine Frage. Sie fragte ihn danach. Bitte keine Fragen danach. Sie fragte nach ihm. Sie antwortete ihm erst auf mehrmalige Nachfrage. Sie bezieht sich auf ihn. Er nimmt auf sie Bezug. Diesbezüglich kann ich dir helfen. In Bezug auf seine Freunde konnte er alles verzeihen. Er zieht es ihr vor. Sie gibt ihm den Vorzug. Er bevorzugt sie. Sie telefonierte mit ihm. Sie telefonierte mit ihm. Er rief wieder bei ihr an. Sie wartete auf seinen Anruf. Sie nahm den Anruf an. Er lehnte ihn ab. Der Kurs fing früh an. Er endete spät. Der Preis stieg um 30% an. Danach sank er von 10 Euro auf 8 Euro. Sie verkaufte es an ihn. Sie verkaufte es ihm. Sie verkaufte es ihm. Sie verkaufte es ihm. Zeitsen ab. Sie verkaufte es ihm. Er drauf ağ. Untertitelung des ZDF, 2020